Du kannst hier anfangen als Auszubildende, als dualer Student. Wir haben aber auch Praktikanten oder studentische Hilfskräfte. Wir planen Touren für LKWs, wir planen aber auch ganze Städte. Man wird da in Projekte reingeführt und kriegt interessante Aufgaben, kann wirklich seine Fähigkeiten wirklich sehr stark ausbauen. Also ich hatte schnell viel Verantwortung. Ich denke, diese individuelle Förderung und dieses Fördern von Selbstständigkeit, das ist was, was vielleicht bei anderen Unternehmen nicht so ist. Wenn Probleme sind oder irgendwelche Fragen, kann man in alle Büros reingehen und einfach fragen. Bei uns dürfen die Auszubildenden schon bei eigenen Projekten mitarbeiten oder bei internationalen Projekten dabei sein. Die Azubis und die Studenten, die kennen sich untereinander. Und man wird quasi gleich behandelt wie ein normaler Mitarbeiter. Es ist nicht alleine die Noten, die zählen. Es ist auch die Kommunikation, das Auftreten. Wie hat mich mein Chef immer genannt, du bist wie ein Terrier, der sich festgebissen hat und erst loslässt, wenn er eine Information hat. Wenn du jetzt bei der PDV anfangen möchtest, weil du genauso begeistert bist wie wir, dann komm einfach zu uns. Vielen Dank.